Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch nochmal einen Gang machen durch Jesu Endzeitrede in Matthäus 24 bzw. in Lukas 17. Weil aber wir im Moment mit so vielen Nachrichten überflutet werden, mache ich so eine Kurzfassung, so ein Quickie, indem ich euch kurz so eine Zusammenschau gebe dessen, was ich damit euch durchschauen möchte. Das Video wird wahrscheinlich eine halbe bis eine dreiviertel Stunde dauern, weil es einiges an Text ist, auch den wir uns anschauen wollen. Jesus spricht dort in seiner programmatischen Endzeitrede, wo er über die endzeitlichen Themen spricht, über die Trübsalszeit, über den Gräuel der Verwüstung, der keine römische Feldstandarte ist, sondern dann stattfindet, wenn der Antichrist in Jerusalem die wiedergeborenen Menschen, die dort an Jesus Christus glauben, wenn er die meuchelt und tötet in der Mitte der Jahrwoche. Er spricht von seinem Kommen in den Wolken, er spricht von der Entrückung, er spricht vom Angriff des Antichristen und der Könige vom Osten auf Jerusalem. Er spricht von seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit, wenn die Jerusalem belagern. Es ist ja auch in den kleinen Propheten, in Joel und in Zacharja beschrieben, dass die nochmal nach Jerusalem raufziehen, dass alle Heiden versammelt werden in Jerusalem. Und Jesus spricht auch schlussendlich von dem beschlossenen Verderben, das sich über diese Verwüstung ergießen wird. Also tatsächlich in hochkomprimierter Form werden dort alle endzeitlichen Aspekte, die wir in den Videos bisher bearbeitet haben, abgehandelt von Jesus Christus. Und das ist mir auch immer wichtig, dass man das, was man findet, an den Endzeitreden Jesu abgleicht. Wenn man die Endzeitreden Jesu für sich isoliert anschaut, sind die zu kompliziert, um die zu verstehen. Da redet Gottes Sohn in verschlüsselten Worten. Trotzdem sind die Endzeitreden Jesu der eherne Maßstab, an dem alles andere gemessen werden muss, was man in der Bibel findet. Das wollen wir gerne in dem Video tun. Ich freue mich, wenn ihr euch das anschaut. Ich wünsche bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ich freue mich, wenn ihr euch das anschaut.